Baumann und Klausen bei BB-Radio. Morgens. Das heißt, Brattenburg wartet auf euch, Berlin wartet auf euch und ihr kommt jetzt. Ja, wir kommen mit dem Rathaus, Amigos, ganz genau. Ihr habt eine Facebook-Bluse. Ja, das ist richtig, Facebook und Alfred, das ist ja nicht so eine Symbiose, muss ich sagen. Naja, da muss ich einfach mal, Alfred, vielleicht um es dir auch mal zu erklären, was Facebook eigentlich ist, das wollte ich ja immer schon mal tun. Also Facebook, da musst du dir das vorstellen, du schreibst im Internet und zwar virtuell. Ja, wusste ich. Anstecken ist es auch noch. Nein, nein. Alfred, virtuell im Sinne von nicht real. Also Edeka oder was? Nein, real nicht im Sinne eines Supermarktes. Nicht real bedeutet nicht existent. Na, wenn es das nicht gibt, warum schreibst du da was rein? Ja, ich sage ja, es bringt einfach nichts und deswegen haben wir den Facebook-Bluse geschrieben. Also es ist eigentlich der Facebook-Bluse meines Sohnes, Timmy. Timmy hat 20.000 Freunde, noch keiner ruft ihn an. Er ist sogar mit Freude mit dem Weihnachtsmann. Ich glaube, er ist mit Freude, sogar mit Heidi Klum. Doch schweiß da mal ne Party, kommt nicht mal dreimal hoch. Dann sitzen sie im Sofa und keiner sagt ein Wort, weil alle nur noch wussten, mit Namen auf den Ort. Auf einmal kommt ein Wunderland, wie hat er noch nicht gekannt. Verwüßt seine Brude, die mehr Wasser hat gefragt. Er hat den Facebook-Bluse. Alle, komm, ich mach dir. Er hat den Facebook-Bluse. Er hat den Facebook-Bluse. Er hat den Facebook-Bluse. Ja, Benni. Alle, sieh doch hin, wir können stecken. Er hat den Facebook-Bluse. Tim war neunmal im Restaurant. Ich glaub, sie hieß zusammen. Er wollte in die Augen schauen, doch sie ist ihm nicht krank. Sie kümmern sich ab, durch das Smartphone-Mann. Und während sie da saßen, reinkt sie den anderen Mann. Da fragt der Timi höflich, was soll dieser Mist? Und sie sagt, sie sichert sich los ab, was ja ein Spinner ist. Er zahlt bloß die Denkung, es ist schon ziemlich spät. Er geht zurück zum Facebook-Bluse. Sein nächstes steht, er hat den Facebook-Bluse. Ja, er hat den Facebook-Bluse. Er hat den Facebook-Bluse. Er hat den Facebook-Bluse. Zieh doch einfach mal die Stecken. Er hat den Facebook-Bluse. Und die vierte Ströme gibt's nur live auf der Bühne. So. Ja, hätte ich auch geklappt. Er hat den Facebook-Bluse. Ja, da bist du riesig. Er hat den Facebook-Bluse.